ok das heißt wenn ich jetzt sterbe ist es nicht schlimm wenn ich einfach einen falsch umzieher oder nichts hier dann ist es egal da bin ich tot wenn ich einfach aufklatsche eigentlich schon ja auch in der lobby dann oder was ja gut das macht keinen sinn ich muss hier hin würde ich sagen ein bisschen außerhalb dann jemand runter was muss ich mit touchpad öffnen was war mit touchpad die ganze map ok zweifelig ich bin einfach nur hinterher die anderen gesehen hat die anderen gesehen ja moin das kann sein das ist ich will was hinterher gesprungen und damit ich bin nur mit dem industriegebiet wenn wir uns nicht lieber entgegen fliegen jungs oder letztlich schon zu tief fängt ja schon mal gut an hier ja ich bin auch genauso lustig ich bin eben voll ich sehe gegner ich sehe gegner unter uns ist gegner ja natürlich aber hat sich ja schon gelohnt er hätte schon runter geschossen worden ja was ich komme zu euch wieder das macht jetzt keinen sinn dahin ja ist gut ist halt so ja wie gesagt es ist jemand das ist was vorgesprungen ich bin raus ja die anderen rausspringen sehen ok dann wahrscheinlich die anderen rausspringen sehen weiß ich mein ja kann sein ja also die anderen spieler ja ok dann gut ja ich bin tot wie gesagt ich bin ja aber wie gesagt als bei gegner willst du gar nicht wissen das ist der kulak hier drinnen kämpfst du um wieder zu leben die anderen müssen sterben also wir müssen quasi jetzt die beiden erschießen da ich bin tot aber einen haben wir mitgenommen der Verloren ja, sind wir nicht, weil wir müssen festungen lokalisiert die Ziele sind auf der Taktikkarte ja, wir können hier gleich wieder kaufen will jemand einen Sniper haben? will jemand einen Sniper spielen? haben wir nicht den Shop hier irgendwo? können wir nicht ganz neiglich ja, können wir auch machen Geld haben wir auf jeden Fall doch, haben wir doch, doch gute Frage, ne sollte, falls jemand sie braucht sollte hier sollte ihr kommen wir gehen da rüber oder da genau warte, wo seid ihr denn jetzt hier? wir sind beide hier da oben und draußen Auto oh lol rülg 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 Auf das Dach kehrt denn? Oha! Ist das doll! Oh, ich hab ne Granate geworfen! Ah ne, doch nicht! Wollen wir abspringen? Aber in die Tankstelle rein! Die wär in Bord gewesen, Junge! Folgerschrocken, Junge! Eine Panzerungskiste! Und das spielt nur Buggies! Cool! Komm zu uns! Ja, ja, alles gut! Ich bin... Fall schon mal für der Kappen, ich hab euch zu früh gezogen! Aber ich kann ja dann nochmal ein... äh, nochmal ziehen, ne? Okay! LOL! Dass wir jetzt auch Gegner waren, Alter, hab ich ja gar nicht gepeilt! Ah, fuck you! Geil! Ich komm gar nicht zu euch, direkt weggeschossen worden! Aus dem Turm da gegenüber irgendwo! Ach so! Ja, schützend Steifer! Das gibt's doch gar nicht, Alter! Hat er mich auch hier oben bewischt? Ich lieb's! Na ja, da, 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 da! Loll, Alter! Die haben uns beobachtet die ganze Zeit! Achtung! Dann hast du kommt! Hat er mich damit gekillt! Hat ein Wichsal! Na, fällt sehr gut an! Oh man, ey. Ja, die haben das gehört, dass wir einen geholt haben. Komm, ist ja logisch. Warte direkt. Wir kommen jetzt wieder matchen. Loll. Nix. Da oben ist einer. Ja, er hat Weste gehabt. Ich glaub das nicht. Dass ich auch nie die Weste aufhebe, das versteh ich auch nicht, ey. Ah, jetzt hätt ich eingekillt und wär durch gewesen, weißt? Nein, dann sterb ich durch den zweiten. Bruder, versteck die gleich einfach. Find er dir. Jawohl. Zeit abgelaufen, nie. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Kann wegmachen. Ah. Bruder, das will. Gut. Wir haben verloren, aber wir kommen stärker zurück. Wollte auch mal sein. Aber du hast keinen rausgegangen. Ach so, warte. Ich muss ihn drücken. Da war doch eh mit der Sucherei, oder? Ne. Ne, 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 ne. Mit drei Waffenschränke. Oje, oje, oje. Na ja, mal schauen. Wie das noch wird. Na ja, mit der Ruhe. Ach so. Erste Runde gar nicht mal angekommen. Mal schauen. Warte. Schlipp, hast mich nacken geweiß. das kommt eigentlich mal in der rauchen wir da ja wie bock so geil draußen der hieß einfach Müllpfander, der Tönon, der Gegner das ist nicht so schön es ist nicht so schön es ist nicht so schön Hauptsache du warst auf dem Klo, weißt du, bringst dir irgendwas mit und sagst halt die ist gut geworden, das kann so falsch verstanden werden das klingt einfach, der Zusammenhang war einfach nur falsch das ist, dass du nicht so drauf bist, ist klar das klingt einfach falsch ne Katze? ja, ne das ist der einzige Kerl, den ich jemals küssen würde spielte ich auf 120 Elfmonitor spielt ihr auf 120 Elfmonitor spielte ich 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 auf 120 Elfmonitor die sind wir gleich üblich ich bin ich schon tanke, die sind auch zu profitieren das geht mir so auf die Glocken oh, soll der gar nicht weg ja mein scheiß Hatter geht mir richtig auf die Glocken, Alter ich wiederhole mich für dritte Mal hat einer von euch, oder zockt jemand von euch einen 120-Hells-Monitor? geh mal trotzdem auf Einstellung bitte auf Grafik und hast du dieses Fight-Light Fight-Light Teif, Alter, keine Ahnung, Mann ich schick dir mal ein Foto was ist das für ein Scheiß, Alter ob du das an oder aus hast, möchte ich mal ein bisschen so, mal gucken, ob es jetzt ein bisschen was erfolgreich ist oder was warte, wir geben dir Bescheid mit dem Abfall naja, alles gut ich kann dieses Scheiß Wortlos nicht aussprechen, Alter noch nie gelesen boah, was ist das für ein Scheißkreis wo wollen wir hin? dann heißt das Mann, wir sind abgelegen... ...den Cameron ... ... ... ... ... ... 3, 2, 1, abkommt. Nix. Oh, eins ist, Markus. Oder? Ja, da hinten ist ja nix. Eins ist gut. Wo ist denn der Vierer? Wer ist denn der Vierer? Ich. Ja, und du springst nur geradeaus runter, komm mal zu uns hier rüber. Wenn man sich das gerade suchen, wo ihr aufstehen seid. Naja, es ist, ich habe, das habe ich schon gecheckt, aber ich muss halt nur suchen, wo ihr genau hinsetzt. Ich bin unterwegs. Also Gefahr, Gefahr. Wenn du das X gedrückt hast und L1, dann siehst du, hast du recht, dann lief irgendwie abgedrückt. Das ist nicht als Person. Alter, hier war ich glaube ich noch nie. Ja, das ist die beste Ortschaft eigentlich. Oh. Du platten von mir auf jeden Fall. Oh. Nein, 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 nein. Gegner? Ziele bereits. An die Arbeit. Ich guck mal, dass ich jetzt... Oh, ich hab gar keine Waffe, ey. Nur Schilder gesetzt und Munizierung. Ich will jetzt überhaupt erst mal zu euch finden. Vor allem die Heile zu euch finden. Irgendwie mal erst mal überleben. Ja, ja, ja. Ja. Ja, wenn das so extrem laut ist, sag ich mal, dann ist das eigentlich meistens immer Teammate, weil die Geräusche sind glaube ich lauter. Glaube ich. Als die vom Gegner. Oder andersrum. Weiß nicht genau. Inversteigt, wie ich meine. Ja, 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 irgendwie hört man das raus. Ganz schwer. So, hier ist noch eine MP. Eine dreistufige. Mg brauche ich nicht. 2400. 100 Dollar brauche ich noch. Achtung, es wurden mehrere Festungen entdeckt. Ich bin unterwegs zu euch, ich lauf grad rüber. Achtung, es wurden mehrere Festungen entdeckt. Das gab nicht, dass ich dir. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ich weiß auch nicht, wie weit ich zu euch habe noch, das ist es halt. Da kommt ja keine Meter angetragen. Wollen wir Rosi mal unser Geld geben, damit er eine Drohne kaufen kann? Dann haben wir ihn auf Lager, weißt du, ich meine? Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone. Ja. Bin jetzt aber auch gleich da bei euch. Also ich sehe euch schon quasi auf der Karte oben. Hier ist noch eine Weste, wenn noch keiner hat. Ja, ich hab noch keiner mit. Ja, dann geb ihn. Ja. Ich höre drunter sogar noch. Nein, weiß ich. Ja. Rosi, komm mal mit zum Shop bitte. Oh fuck. Wir geben dir mal unser Geld, damit du eine Drohne kaufst. Jetzt bin ich bei euch. Ups. Du musst R3 drücken wahrscheinlich. Oder X irgendwie. Runter und dann X. Ja, dann wurscht. Ob wir jetzt hier noch gesichtet werden. Wir suchen halt weiter Geld. Komm hier, hol dir mal Waffenkrepp. Hier ist ein Waffenkrepp. Ich bin gerade dabei, sowieso ein Tiefel. Nimm die, nimm die, nimm die, nimm die, nimm die. Nimm die, nimm die, nimm die, nimm die. Ja. Ja. Kevin, komm mal her, hier. Ja. Du kriegst kein Schaden, wenn du in Luft bist. Ja, der... Habe ich die automatisch an, oder muss ich die irgendwie noch... Ja, ja, hast du automatisch. Ja, das mach ich automatisch. Ja, das mach ich automatisch. Das ist kein Schaden. Komm mal her, hier ist noch... Ich hab's. Hä? Was ist denn Sack? Hier. Bist du überhaupt... Ich sehe dich wieder hin. Ich sehe dich gerade nicht. Komm zu uns. Wir sind noch eine Waffengute, die kannst du aber... Wir haben den... Hier. Hier an den Sack gehen, Viereck drücken und dann an die Weste rausholen, damit du so ein Schicksal hast. Ja. Sonst musst du direkt mit Dreieck... ... in die... ... in die Platte rein sitzen. Okay. Hier ist... Ja, komm mal her, hier. Hier können wir hoch und wegfliegen. Ach, jetzt soll ich noch nicht... Bitte weiter dir. Ich bin voll in der Zone drinnen. Mein Gott. Ich schaff's auch nicht. Lauf, lauf, Kev, lauf. Hier durchs. Jetzt bist du tot. Schade. Ich schaff's auch nicht mehr ganz. Ah, doch. Ich schaff's gerade noch. Ja, ich bin auch raus. Wahrscheinlich. Ja, ich bin auch raus. Scheiße. Was gibst du denn nicht? Fatschlecht. Also, es wird das so schlecht. Wird das so schlecht sein? Wenn es überlebt, steigt es wieder ein. Na, ich hatte eben schon früher markiert, aber... Ich wollte euch noch machen lassen, aber ich dachte, das schaff ich mich nicht gerade locker, ne? Aber... Ich treu mich, dass ich die ganze Zeit welche hier nehmen konnte. Naja, egal. Alles gut. Mein Gott. Das sind richtige Amateure hier. Und da sind wir mal wieder. Ich fett schlappkulte bei dir. Das ist der Gulag. Hier drinnen kämpfst du, um wiederzulegen. Tone! Das ist der Gulag. Du musst für deinen Wiedereinstieg kämpfen. Das gibt's doch gar nicht. Alter, ich schieß dreimal auf den drauf und jetzt bleib trotzdem am Leben. Das kann's ja gar nicht sein, ne? Das ist ja so lächerlich. Albern hoch 10. Albern hoch 10. Das ist ja kein Problem. Ach, mein hart sitzt der. Mach mal da sonst der. Doch... Ich hab's ja nie mal gesehen. Und sonst steppe ich einem hier auch ein mit ziemlich oft. Das ist grad nur ein bisschen Glück. Oh, fuck, Alter. Geil. Kannst keiner erzählen, Alter. Seid ihr denn alle GULAG? Achso, ihr seid auch tot, ne? Ja, dann geh raus. Dann geh raus, ja. Scheißegal. Ich musste mir den Revolver schießen. Ja, auf jeden Fall. Revolver kann ich gar nicht, Alter. Revolver ist das schlechteste, dass ich mir überhaupt haben kann beim Schießen. Warum schieße ich den dreimal gegen den Kopf? Der stirbt einfach nicht. Ungelogen. Der stirbt nicht. Dann holst du da rum und schießt ihn. So einmal trifft er mich und ich bin tot. Boah, Gott, Schluss. Ja, ich glaube auch Internetverbindung und Connection ist auch ziemlich wichtig. Wie kann ich denn diese 45 Token einsetzen? Wie geht's so weit? 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 Vielen Dank.